Hallo Pyrus, willkommen heute mal wieder aus dem Lager, nicht aus dem Studio. Wir haben heute eine Produktvorstellung der aktuellen Charger President Pyro, allseits ja eine sehr beliebte Batterie. Würde uns auch mal interessieren, habt ihr sie denn eigentlich schon mal getestet? Ist ja doch immer wieder ein Hype drum um diesen Artikel. Manche hingegen sagen auch interessiert mich nicht, lassen sich davon gar nicht so verleiten. Genau, schreibt uns mal was dazu, ob ihr sie schon mal probiert habt. Ja, jetzt ansonsten maximale NEM, allseits bekannt, gut knapp, 1944 Gramm aber immerhin. Die aktuelle Recherche der President Pyro, viel Spaß mit dem Test und bis bald. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020